Hier, 695 Rubel auf die Tonne. Das ist schon ordentlich, aber die Produktion geht halt auch nur, wenn hier extrem viele Arbeitskräfte, oh ja, so wie jetzt ungefähr, stehen. Gut, wie schaut unser Schulsystem aus? Schulsystem hält durch. Kindergarten ist so eine Sache, da geht's auch gerade. Warte mal kurz hier. Ja. Kriminalität finden einige besorgniserregend. Das geht. Das ist okay. Ja, und die sollen ja tatsächlich im Alkoholwerk arbeiten, die ganzen Kriminalösen. Aber, ähm, jetzt mal eine blöde Frage. Wo ist der? Der fährt jetzt zurück. Oh, ist die hier keine Gefangenen? Hat der keine mitgenommen? Warte mal kurz, wir müssen die Linie vielleicht nochmal anpassen. Haft. Der fährt ja hier runter, ja? Bisschen, bisschen nach Zwergbräu. Bei dieser Station laden. Kann ich sagen, warte auf Beladung? Nee, ne? Vielleicht ist das auch zu weit. Vielleicht könnten wir den, könnten wir dies anderweitig entlasten. Abwasser? Minus 18 Rubel. Nicht 18 Rubel. Minus. Du zahlst, wenn du Abwasser an der Grenze ablieferst. Ja, wir müssen mal gucken, wo wir unsere, unsere, ähm... Ja. Müssen wir mal schauen. Na toll, jetzt sind unsere ganzen, unsere ganzen, ähm... Schneeräumstationen noch nicht fertig geworden, ne? Wäre halt jetzt toll gewesen, wenn die jetzt schon fertig gewesen wären. Der braucht noch 150 Tage. Ja, du musst vorplanen. Das hilft nix, ne? So, was haben wir hier? Das ist ziemlich weit schon. Das ist ziemlich weit. Das ist fast fertig. Das ist gut. Auch fast fertig. Ja, die sind schon, mit dem, mit dem, mit der großen Hauptleitung sind die schon ziemlich durch eigentlich. Ich dachte, die kaufen das ab. Ne, ne. Aber kannst du Wasser eigentlich abkaufen lassen? Wasser geht. Das bringt dir 17, ja. Also ich kann ein, 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 ein Kubikmeter Wasser für 17 verkaufen. Aber sind wir ehrlich, unsere Chemiefabriken, die ja produzieren schon ganz gut. Aber, ja, das lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Äh, weil du musst ja erst mal das aufbereiten mit Chemikalien. Und dann, naja. Jetzt fährt der runter. Naja, okay. Und das ist so cool, wie der halt auch einfach die Brücke räumt, ne? Das ist so schön. Die ist gut über die Holzbrücke drüber geschürt. So. Zweites Geothermie-Kraftwerk. Ja, ich hatte mir schon mal die Überlegung gemacht, ob wir nicht in der Verstromungsgeschichte reingehen sollten. Und da nochmal ausbauen sollten. Aber, ähm. Wo waren das? Da war das. Large Geothermal. Das macht halt fast 1000 Megawattstunden. Das ist vergleichbar etwa mit so einem Kohlekraftwerk bei maximaler Leistung, ne? Und so Geothermie, ich weiß es nicht, wie es aussieht, aber das ist günstiger. Was wir gebaut haben, ist ja nur das Kleine. Hier. Small. Ne? Das macht 322 Megawattstunden pro Tag. Und das ist schon... Das ist schon ziemlich ausgereizt, ne? Also... Das ist schon ordentlich. Oh, oh, oh. Zweimal Feuerwehr ist unterwegs und ein Kleinkind hat's... Äh, oh, das ist... Warte mal, das ist die Klinik. Irgendjemand hat... Die... In der Klinik ist... Ist Arzt gebrand. Da wird sofort... Unsere Feuerwehr ist natürlich sofort vor Ort gewesen. Sehr gut. So, jetzt kommen aber sofort die Mitarbeiter und kümmern sich instant darum, dass hier gleich wieder Betrieb ist. Ja, weil unsere Mitarbeiter sind die Besten. 1400 Megawattstunden sind 48 Megawatt Dauerleistung. Äh, 58 Megawatt Dauerleistung. Ja, ja, wie gesagt, wir müssen halt... Das Ding ist halt, du musst das an der Grenze, kannst du das natürlich verkaufen, ne? Du kriegst für eine Megawattstunde 59... Was ist denn das... Was ist denn das kleinste... Also 0,59 Rubel. So. Das ist natürlich wenig, ne? Das ist halt wenig, ne? Klar, das macht die Menge. Die Masse einfach. Wenn du da ordentlich investierst, dann kannst du dann schon zumindest deine Ausgaben ein bisschen decken. Müll importieren bringt dir Geld, natürlich. Aber was machst du dann mit dem Zeug? Dann kannst du ein... Ähm... Ein Depot... Oder eine Müllhalde nach der nächsten bauen. Das ist halt auch nicht so... Nicht so einfach. Ich muss das echt mal standardmäßig ausschalten. Dass ich hier nicht versehentlich irgendwann mal irgendeine Bude baue und dann irgendwelche für teuer Rubels Leute einkaufe. Gut. Wir gucken mal, wenn wir jetzt zum Beispiel... Angenommen, wir würden jetzt Müll... Ähm... Machen wir es denn... Wurde ja vorgeschlagen, zum Beispiel Sondermüll. Dann würden wir 1600 die Tonne bekommen, ja? Die wir halt irgendwo lagern müssten. 43 Megawattstunden mal 0,58 Rubel sind 25 Rubel am Tag mal 30 sind 751 Rubel, sagt Markus gerade. Eine im Monat, ja? Das ist nicht so viel. Ja, das ist nicht so viel, das stimmt. Ne, Leute. Das Ding ist, bevor wir jetzt eine Riesenproduktion oder irgendwas wieder bauen, lasst uns... Meine Überlegung ist jetzt zumindest herzugehen und zu sagen, lasst uns doch mal das, was wir jetzt die ganze Zeit schon vorhaben. Hier ist die Straße zum Beispiel schon fast fertig, ne? Lasst uns jetzt mal unsere Bauprojekte, die wir hier gerade haben. Die Idee mit dem, lasst uns Essen produzieren, spart uns... Zum einen geben wir weniger Geld aus. Das mag nicht die Masse sein, ne? Warte auf. Import. Das sind hier diese... Keine Ahnung... 46.000 Rubel, wir haben Dezember. Das ist okay, wenn wir das nicht mehr ausgeben, ist es eine Sache. Dann heißt das, wir versorgen unsere Leute mit unserer Nahrung ja selber. Die andere Seite der Medaille ist allerdings immer noch die, dass wir ja auch exportieren. Das heißt, wir geben nicht nur weniger aus, sondern wir nehmen sogar deswegen stattdessen noch mehr ein. Also es bringt uns gleich doppelt was. Weil wir das ja auch sofort dann in den Export packen, weil die Essensproduktion relativ schnell läuft. Auch dafür ist es gut, dass wir dieses Teil hier gebaut haben, diese Brücke, damit wir schneller die Arbeitskräfte dann hier hinten abliefern können. Da muss ich mal ganz kurz gucken, haben wir hier schon eine Bushalte? Ne, ne? Wir würden die direkt am Werk abliefern. Ja gut, das ist hier eigentlich auch egal. Können sie machen. Aber auch das wird teuer erstmal anzustarten, weil wir brauchen dann nochmal neue Traktoren, neue Mähdrescher und so weiter. Und dann müssen wir das erstmal ein Jahr lang laufen lassen, dass sich das Silo ein bisschen füllen kann, bevor wir dann da Dauerbetrieb einleiten und so. Also ja, da ist schon ein bisschen was vor, aber das kriegen wir schon hin. 46.000 weniger an Ausgaben, die in die Tilgung fließen können. Das ist richtig, Nidram. Das ist absolut richtig. Ja, also es gibt einige Baustellen, die wir gerade noch haben und die wir angehen müssen. Und die werden wir auch angehen. So, wir machen das mal auf niedrige Priorität, dann geht das nicht so schnell los. Irgendwann wird es losgehen, aber bis die da rangehen, das dauert lang. Bis die das neue Wohngebiet, das parken wir deswegen, wenn wir diesen Eingangsteil auf niedrig setzen. Dann kommen die nicht so schnell in Wallung. Ja. Aber wenn dann doch mal irgendwo ein Kipper rumsteht, der sonst nichts weiß, dann macht er das nämlich schon. Ja. Ja, wir können momentan kreditmäßig noch 1200 Rubels, 1,2 Millionen Rubels aufnehmen. Das ist natürlich nicht viel. Das ist schon, also 1,2 Millionen Rubel, das hält dich noch eine Weile über Wasser. So ein Jahr, zwei Jahre kriegst du schon noch gut mit rum. Aber dann wird es irgendwann Ende. Das Ding ist halt, wir steigern uns ja. Also momentan Export 12.000 im Export, 24 im Import. Wir nähern uns schon dem Stand, den wir brauchen eigentlich. Und der Import ist allerdings auch eine relativ regelmäßige Frage, wie viel geben wir durch neue Baustellen aus. Das heißt, auch da musst du berechnen, da wir bauen ja ständig weiter. Und vor allem bauen wir auch teurere Sachen. Also wir bauen, hier zum Beispiel geht sehr viel Stahl rein. Sobald du Stahl importierst, wirst du eh arm. Deswegen, man muss das immer gucken. So, okay. Jetzt gehen wir mal ganz kurz dran. Die Gerichte schauen gut aus. Aufklärungschance ist hier gut. Die Untersuchung läuft. Das ist, da brauchen wir jetzt erstmal niemanden mehr. Hier haben wir 14 Häftlinge. Die müssten eigentlich arbeiten. Da müssten wir eigentlich mal ein paar mehr Leute einstellen. Mal 11 oder so. Sicherheit ist hier nicht so gewährleistet, fürchte ich. Wir können ja mal ein bisschen runtergehen, damit hier mehr Leute arbeiten. Mehr Sicherheit. So. Okay. Dann haben wir das. Das ist in Ordnung. Da könnten wir mal ein bisschen mehr Leute reinpacken. Gut. Vielleicht nochmal ein paar mehr. Ach komm, machen wir Vollgas. Dann können ja alle schön rein. Und können ja ihren Sport machen. Das freut die dann auch. So. Kinder im Kindergarten schaut gut aus. Schüler. Das ist, wir sind jetzt zum Beispiel zu hoch schon wieder. Können wir ein bisschen reduzieren. Brauchen wir nicht ganz so viele. Okay. Das läuft. Okay. Da ist mehr als genug Platz im Kino. Wie schaut es im Botanischen aus? Das ist auch viel Platz. Hier ist Maximum an Betrieb. Das ist okay für mich. Ja, gut. Okay. Gut. Game Keks. Ein Wunderhüppchen. Könntest du nicht eine kostenlose Bushalte bei der Lebensmittelfabrik bauen, dann kannst du dauerhaft Leute hinfahren. Das würde dann die Baubüros entlasten. Ja, sicher könnten wir da Leute dauerhaft hinfahren, aber die fahren die ja ohnehin hin mit ihren eigenen Bussen, die sie ja haben. Das Problem bei der dauerhaften Geschichte ist, wenn dir da mal irgendwas ausgeht in der Belieferung, ja, ich meine, das ist jetzt bei, sobald sich da der Status von einer Ebene oder von einem Stufenteil auf den nächsten ändert und du hast noch die Ressourcen nicht hin, dann hast du zwar die Leute hingekarrt, die können aber nichts arbeiten. Ähm, ja, die sollen dir ruhig mit den Bussen holen. Wichtig für mich ist, dass die Bushalte immer besucht ist. Ja, also, dass da immer Leute stehen. Dann können nämlich auch die Busse endlich mal Leute hinfahren, weil das nämlich auch so ein Problem ist. Wir hatten eine ganz lange Zeit, sind hier Busse gekommen und konnten niemanden mitnehmen. Und das müssen wir halt natürlich in den Griff bekommen, dass da immer Leute stehen und das ist jetzt auch endlich mal, nach langer, langer, langer Zeit, ist das jetzt endlich der Fall, dass hier permanent Leute an der Bushaltestelle stehen und wir mal Busse auch komplett voll wegbringen können. Also, wir können jetzt mal in den Bus auch wirklich komplett voll hier mitgehen und das merkst du einfach. Es wird sehr, sehr viel, ähm, oder sehr, sehr bald wird es dazu führen, dass unsere ganze, unsere gesamte Bevölkerung hier, äh, auch mehr schaffen kann, weil einfach die, die Busse voller werden. Und damit werden auch solche Baustellen, wie das jetzt hier, dieses Untergrundkabel, können dann auch mal fertig gebaut werden, auch wenn da halt wirklich wir bei 98% seit 100 Jahren festhängen. Aber das, das kriegt unser Baubüro hin. Man denkt immer, die machen nix, aber wenn du dann hier mal in diese Detailansicht reinguckst, dann siehst du, wo die überall gleichzeitig dran sind. Ne, hier wird gebaut, hier wird gebaut, da ist was in Bewegung, hier geht was. Ne, das verschwindet halt einfach und deswegen baue ich gerade so ungern weiter. Weil du siehst keinen Fortschritt, auch wenn ständig Fortschritt erzielt wird. Ne, ich meine, die werden das hier auch irgendwann fertig haben. Ne, das dauert auch noch 300 irgendwas Arbeitstage gesamt. Und hier wird auch gebaut, zwar mit wenigen Leuten, aber es wird gebaut. Hier kommt schon wieder ein Bus mit neun Arbeitern an. Das geht schon. Kann helfen, Baustellen neu zu priorisieren. Ja, du, im Endeffekt, unser größter Feind ist gerade jede Baustelle. Wir müssen erst mal schauen, dass wir weniger haben, damit sich auf die wenigen mit dem eigenen Baubüro, das wir haben, konzentriert werden kann. Weil jetzt, wenn ich dann den Strom nächsten Frühling neu strukturieren möchte, damit wir auch endlich mal eine gute Stromleitung hier runter bekommen, ja, auch gerade, ähm, hierhin möchte ich gerne eine Stromleitung haben, dann können wir nämlich die Stromleitung, die oberirdisch hier lang läuft, auch wegcanceln. Ja, die kann dann, die kommt dann weg, die schließen wir dann hier unten direkt an. Und hier kommt dann nur noch eine Durchleitung rein, die dann nach da hinten auch noch geht. Ähm, dann kriegen wir langsam auch mal ein richtiges Stromnetz hin. Das ist, das wäre so eine Sache. Ähm, da möchte ich aber diese kleinen, ähm, diese geringen Spannungswerte möchte ich da aber erst mal rausnehmen, sondern hier wirklich mit großen Stromtrassen und so Zeugs. Da müssen wir aber alles umstrukturieren, das wird ein bisschen aufwendiger. Wie gesagt, das Ding ist halt, weil der Vorteil am Ende wird dann daran sein, wenn du hier überall Verteilknoten hast, ja, wo du, wo du einfach was wegbauen kannst, tust du dich später halt viel einfacher, wenn hier irgendwas noch her muss, um da nochmal, wenn du sagst, oh, lass mich mal hier noch, äh, Fabrik XY hinbauen, da, da nutzen wir die Infrastruktur von hier gleich mit, ja, ziehst halt einfach nur noch ein Kabel und schließt es an, weil du halt hier den Verteiler schon hast. Den Verteiler haben wir bisher halt einfach uns weg, uns weggespart, weil es einfach zu lange beim Bauen gedauert hätte. Oh nein! Es brennt. Wo denn? Im Polizeirevier. Skandal. Was ist da nur los? Im Polizeirevier. Das geht nicht. Aktenvernichtung. Wir schauen unsere Gerichte, Gericht, also das Gericht kommt immer noch gut hinterher. Ich habe ein bisschen Sorge, dass die Polizeibeamten generell mit ihrem einen Trabi ein bisschen am Limit sind. Ich erhöhe mal ein bisschen die Polizei, damit die, äh, mit ihren Untersuchungen auch mal fertig werden, weil ich glaube, da ist nämlich gerade so ein bisschen das Problem auch. So, hier wurden welche mitgenommen. Hier werden welche mitgenommen. Also es stehen schon immer Leute da, ne? Die dürfen halt bloß nicht, es können nicht fünf Busse hintereinander kommen. Das überfordert diese kleine Bushalte gerade. Aber so ein, zwei Busse in kurzer Zeit kriegen die schon zumindest angefüllt. Essen geht gut auch. Ja, ich bin auch mal gespannt, wann wir das endlich hinbekommen. Ich weiß gar nicht, wo die, wo stehen denn die ganzen Kräne eigentlich? Ich schaue mal schnell, was, was unser Baubüro sagt. Wo unsere Kräne eigentlich abgeblieben sind. Weil die sind ja irgendwo. Ja, hier ist ein Kran. Und der ist... ...da hinten. Da hinten. Was baut denn der da hinten das blöde Ding auf, hä? Die bauen den Wasserbrunnen bis zu der Wasseranschlussstation hier. Haben die das ganze Ding schon fertig gebaut? Ne, das Riesenstück fehlt noch, ne? Da ist auch ein Kran drin! Wir erhöhen die Prio jetzt mal. Wir bauen dieses ganze Eck da hinten jetzt einfach mal fertig. Hohe Prio, damit das weg ist. Ich will das gar nicht mehr lange mit mir rumtragen. Das soll einfach nur weg sein. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Die sollen das fertig machen. Und dann ist das alles in Ordnung für mich. Baut ruhig diesen ganzen Schrott da hinten mal endlich fertig. Dann kommen die Kräne endlich zurück. Dann haben wir die endlich mal eingesetzt, da wo wir sie brauchen. Das ist für mich in Ordnung. Liefert nur an. Ist in Ordnung. Wie gesagt, und dass die hier gerade mit fast 50 Leuten diese Schneeflugstation bauen, das ist für mich auch in Ordnung. Die ist ja auch tatsächlich wichtig. Man sieht es jetzt. Hier ist knapp gestreut. Aber auch, ja, schon fast wieder zugeschneit alles. Hier die Rausfahrt ist komplett zugeschneit. Also das ist blödsinnig. Wir haben aber auch ehrlicherweise nur zwei Schneepflüge. Also so langsam ist das Straßennetz gewachsen. Und da muss man auch sagen, wenn ein Schneepflug von hier raus losfährt und einer von hier raus und einer von da oben, dann wird das besser. Und vielleicht von da hinten dann auch nochmal irgendwann. Dann kriegen wir das auch ein bisschen, selbst bei starkem Schneefall, geräumt. So, da wäre er fertig. Erhöhe natürlich trotzdem den Bereich. Und der hat jetzt zum Beispiel die Aufgabe, überwiegend, der soll zumindest 50% Kiesstraßen bevorzugt machen. Ja, das ist schon geil, wenn der das hinkriegt. Und Brücken. Dann versucht er nämlich die Hauptinfrastruktur zuerst zu halten. Ja, das ist nämlich schon wichtig, dass er die Hauptstraßen macht. Und danach erst die Nebenstraßen. Ist schon besser noch. So, kurzer Blick. Fahrzeugtyp. Ja, 15 Arbeiter. Also es gibt Arbeitskräfte. So, wie schaut das Ding hier aus? Das wird ja jetzt natürlich hoffentlich mal fertig gebaut. Wie gesagt, weil da ist ja jetzt ein Kran und der muss einfach weg. Der muss da raus aus dieser Geschichte. Wie gesagt, dieser Kran steht ja da seit 100 Millionen Jahren in der Baustelle. Und der Rest ist ja schon fertig auch. Das hängt ja schon am Hauptnetz, Abwassernetz, hängt das ja schon dran. Ist ja alles schon gebaut. Das Problem ist, das Zeug ist mittlerweile schon so alt in der Baustelle, dass es schon bald wieder saniert werden muss, bis das Endteil fertig ist. Markus wird gerne einen Screenshot machen. Das kriegen wir doch hin, oder? Das kriegen wir doch hin. Warte mal, vielleicht so ein bisschen? Das ist doch schön, oder? Danke, immer gerne. Für die Presse mache ich alles. Wir wollen das jetzt abschließen, damit das endlich fertig ist. Das Stück hier auch. Infrastrukturelle Sachen priorisiere ich jetzt einfach mal. Das ist mir jetzt eigentlich ehrlicherweise wichtig, dass das fertig wird. Die Nahrungsmittelgeschichte, die ziehen wir auch noch mit an. Weil die ist nämlich eigentlich schon fast fertig. Ja, dann müsste das eigentlich tatsächlich gar nicht mal mehr so schlimm lang dauern. Wie schaut es denn jetzt von der Verteilung aus? Nicht, dass alles priorisiert ist. Doch, es ist eigentlich ziemlich alles priorisiert. So, okay. 30 Arbeiter, wo fahrt denn ihr hin? In die Kohlemine. Ach, bei der Kohlemine wird endlich gebaut. So, hier in die Bushalte. Gut. Ich habe den Eindruck, wir haben zu wenig Busse hier drin. Kann das sein? Das kann schon sein, ne? So ein Bus mit 30 Passagieren wäre irgendwie gut. 20 oder 30 wäre toll. Hier 25. Wir können hier halt noch zwei Fahrzeuge reinpacken. Der schafft 85. Und der schafft 80. Die sind sogar noch schneller, ne? Wir holen zwei Busse. Ähm, das könnte gut gehen. Ich meine, das hat jetzt auch viel Geld gekostet, ne? Das dürfen wir auch nicht vergessen. Mal einfach mal schnell auf easy peasy 8,5k rausgeballert. Ähm, aber ich habe die Hoffnung, dass einfach mehr Leute auf den Baustellen am Ende landen. Weil jetzt kann unsere Bushalte das nämlich tatsächlich sogar mal darstellen. Und jetzt geht halt nix. Weil wir einfach zu wenig Busse für den Baubetrieb haben. Und da wartet immer alles auf die, ähm, am Ende auf die, auf die, diese Geschichte, dass wir endlich mal Leute bringen. Und das kann halt nicht sein. Gut. Ähm. Dann weihen wir das jetzt auch gleich nochmal ein. Ich hätte gerne hier Fahrzeuge. Und zwar hier brauchen wir einen Schneepflug. Und jetzt lassen wir aber bitte die Gesamtkapazität, ähm, wert. Ist wert maximale Geschwindigkeit Schneepflug 43. 35. Ist tatsächlich nach der Geschwindigkeit ja auch sortiert. Hier kriegen wir drei Fahrzeuge rein, ne? 18 ist ein bisschen wenig. Aber das ist halt schon geil mit der Geschwindigkeit. Einen kaufen wir erstmal. Damit hier ein bisschen was im Winter auch geht. Auch wenn jetzt eigentlich Februar ist, ist mir schon klar. Wäre jetzt eigentlich auch schon fast rum alles wieder. Das läuft auch von alleine hier. Die Schule ist mittlerweile auch entspannt unterwegs. Könnte man sogar noch fast ein paar Lehrer freimachen. Schauen wir mal, ob es jetzt mit sechs Lehrkräften auch noch reicht. Gut, wenn das Neubaugebiet hier, ähm, in der Verlängerung ist, dann könnten wir jetzt demnächst mit der Technischen Universität anfangen. Oder lassen wir es erstmal warten, dass noch ab, bis hier tatsächlich die, äh, ganze Geschichte mit der Nahrungsmittelfabrik frei ist. Was ein Artikel wert ist. Ähm, also was wir, was wir haben, oder was tatsächlich ganz gut ist, ist, dass wir die neuen Schneepflüge jetzt haben. Das ist sehr schön, dass das fertig geworden ist. Das Neubaugebiet ist jetzt in Planung. Das hängt auch schon am Straßennetz dran. Hier wird, hier werden deutlich mehr Blöcke entstehen. Also noch viel mehr als das alte. Wenn du überlegst, wir haben hier vier Gebäude. Und hier haben wir schon sechs, sieben, acht Gebäude. Sollen hier doppelt so hohe Entwicklung. Das ist schon, da ist schon richtig Kapazität. Das Geothermiekraftwerk, ähm, das Wärme in die Haushalte bringt, ist tatsächlich schon in Betrieb. Das läuft jetzt auch. Ja, also ich, ich sehe da, ich sehe, das läuft schon. Ansonsten, die, die, die Schneepflugstation ist klar. Wir bauen ein neues Abrissbüro. Das ist auch ziemlich, ziemlich fertig eigentlich. Das neue Abrissbüro wird, ähm, dann wichtig werden, wenn wir hier unser gesamtes Stromnetz neu designen. Das neue Abrissbüro wird, ähm, dann wichtig werden. Das ist auch für dich, die wir hier im Schubstuhl starten. Ja, ich sehe das, die wir im Schubstuhl starten. Soll es doch mal wieder? Das hausend schritte. Und das war-Ausend ist ein anderes. Das war's für dich, du bist. Ich sehe dich, ganz nicht so richtig, als wir das machen. Oh, ich sehe dich, ist das nicht. Ich sehe sehr gut. Dieses Zeit haben, das war's für dich.